Herzlich Willkommen zum 2400 Abonnenten-Special. Du bist aufgestanden und danach bin ich dann irgendwie aufgestanden, ich kriege auf jeden Fall gerade, kann ich das, ich kann doch das Tote machen, was ist das für die Scheiße? Natürlich, ich hätte mir vielleicht mal im Vorfeld die Videos dazu angucken sollen, ich habe mir ein, zwei Videos vom Gameplay selber angeguckt, aber natürlich nicht, wo dann die, ähm, ich meine, ich höre hier irgendwo ein Gen, wo dann die Gen sind, uh, wo ist denn hier? Ich hoffe, es ist irgendwas richtig Böses, was ich hier kaputt mache. Fick dich! Äh, Entschuldigung. Soll ich dich heilen? Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du weglaufen wolltest. Also, ich hoffe, dass sie jetzt retten geht. Also, die andere. Nein! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los, Mädel? Ey, die hat den platzen lassen, nicht ich. Geh auf sie. Nein! Ey, ich wollte mich gerade umschauen. Ähm, okay. Freddy wollte mal eben oben, ähm, meine Mitstreiterin besuchen, ist mal eben kurz durch den Boden hochgeflogen. Kein Problem. Aber ich habe hier nicht gehangen. Deswegen hängen wir einfach mal ganz cool eine Runde ab, gucken uns mal die neue Survivorin an. Die gerade so ein bisschen betrüppelt reinschaut. Ich will doch zumindest die Map mal ein bisschen sehen. Oh. Hier ist der Rand, so wie es aussieht. Zeig mal mal den Ausgang. Also bist du auch alles. Oh Gott, wir sind alle hier. Wir sind alle hier und alle tot. Ne, die eine sehe ich nicht. Was ist es denn? Schnell, irgendwas Schnelles. Könnte Legion oder sowas sein, oder? Sie kommt, könnte Legion sein. Was denn nun? Ja, eine weibliche Legion. Die Gine. Ach, Hexe. Achso, du steh... Ne, scheiße. Jetzt habe ich die Nancy gesehen und habe mich gerade voll... Also nicht erschrocken, aber ich... Jetzt hat sie mich aber auch erschrocken. Jetzt haust du ab. Ey, weißt du, ich gehe jetzt weg von dem Ding. Sag mal, Leute! Jetzt gehe ich. Ich bin auch in der Liga. Die Hexe hat mich... Hä, was macht die? Was macht die denn hier für Verrenkungen? Macht die einen Hampelmann oder was? Geh direkt in die Hocke. Geh direkt in die Hocke. Du bist auch hier. Ne, Moment, wer ist jetzt Ming? Oh. Das ist Nils, oder? Nein. Hier ist... Ah, hier ist Ruin. Wo? Scheiße, direkt an dem Jen hier auf dem Feld. Oh, sie hat es gesehen, oder? Ne, die laufen hier. Nein, sie hat mich gesehen. Scheiße. Ja, du bist tot gewesen, oder was? Ja? Soll ich dich heilen? Nils? Du bist tot gewesen, oder was? Soll ich dich heilen? Ja, ich meinte Nils. Das Tod war für dich und Nils war... Ja, ja. Du kannst mal probieren, ob du mich heilen kannst. Ich kann mich ja wiederbeleben. Äh, ja. Nils, du musst dich opfern, damit zumindest mal einmal der Lars entkommt. Warum schreist du eigentlich so wie... Wie das Schwein, wenn du es tanzt? So, es hört sich richtig ganz an. Hatten. Es sah zumindest so aus. Oh, wieso geht das noch? Wollen wir rein? Warum? Ey, sag mal, die ist schon ausge... Ja, das ist doch klar, dass du jetzt ran bist. Oh, ey, wie hat mich die... Hast du das gesehen, wo die mich gehettet hat noch? Die alte Kuh... Ja, du bist ja auch die ganze Zeit am Schleichen gewesen am Anfang. Außerdem, woher willst du wissen, dass die alt ist? Vielleicht sieht die so aus. Äh, Silke, siehst du das gerade bei mir? Die Hand. Rechts am Schrank. Also, Nils hat sich als Schrank verkleidet, aber er hat den Schuh und die Hand vergessen. Beziehungsweise den halben Arm. Ja, geil. Sieht der Killer das auch? Oh, oh. Oh, oh. Anscheinend. Mann, heil dich doch nicht, du Schein... Ey, was war denn das jetzt für eine Kacke? Nein, das war 100%, du Wichser! Wieso habe ich einen schwarzen Bildschirm? Hallo? Hallo? 100% Ja, geil. Also, mich kannst du jetzt vergessen, auch wenn man mich abhängt. Lass mich unten, weil ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts sehen. Super. Das ist mal wieder... Ich mache mal einfach Fluchtversuchen, dann sterbe ich wenigstens. Okay, ich kann... Ja, nee, ich kann noch nicht mal Fluchtversuchen, aber ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt sehe ich den Himmel. Ja, das hat ihn letztens auch. Ich sehe Sterne. Beim Sterben hatte ich einen weißen Bildschirm. Das ist geil, ich sehe Sterne. Das ist wieder totales Bugs by Daylight. Also, ja, toll. Und die gehen jetzt natürlich drauf bei dem Versuch, mich zu retten. Ja, ich kann ja auch nicht strugglen und nix. Das ist geil, ich muss auch... Das sah jetzt gerade geil aus. Ich habe mich kurz gesehen. Ich bin anscheinend automatisch am strugglen. Ja, ich wollte dich noch holen, aber die holt dich runter. Scheiße. Nein. Die hat gelieb eine Zeit, die kann weg, die eine. Ja, toll. Du hast auch gelieb eine Zeit, aber du kommst nicht weg. Fuck. Er hat mich jetzt zweimal gehauen. Er war anscheinend da. Nein, die ist oben in eine Falle rein. Fuck. Also, jetzt hat es zusammen. Also, ich fliege hier irgendwie im Orbit rum oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch einen schwarzen Wünsch in meinem Sterben gehabt. Jetzt werde ich aufgehoben. Jetzt werde ich aufgehangen. Ja, bug by day, Leute. Sag ich ja, aber was ist das für ein Schwachsinn? Weißt du, wegen so einer Kacke geht dein Rang dann wieder runter. Beziehungsweise hoch. Also, wird schlechter. Weil du einfach nichts machen kannst. Au. Warum will der mich nicht? Wo ist der hin? Warum will der mich nicht? Ich bin weiblich gut aus den Jungen. Ja, aber dich holt jetzt keiner. Mich auch nicht. Ah, der geht jetzt aber auch zu euch. Dann hol mich erstmal runter. Und opfert dich dann. Du mich auch. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich muss nicht essen. Scheiße, ich kann dich nicht heilen. Doch, ich kann nicht heilen vorher. Oh, scheiße, ich bin selber tot. Ja, ja, du bist genesen. Ich hoffe, das gilt auch als... Nee, du musst dann noch weitermachen. Du bist doch... Mach weiter. Los. Ja, ich rubbel dir schon ein. Er kommt, er kommt, er kommt. Weg, weg, weg. Scheiße. Er muss dich nehmen. Ja, er nimmt mich auch. Nein, er nimmt mich. Scheiße. Nein. Ach, jetzt weg ich nochmal. Darum geht's nicht. Das ist verkehrt. Meinst du? Die Palette ist weg. Und du? Ja, er überlegt doch, was er machen soll. Was macht ihr da? Rappen oder was? Ich bin mir noch nicht sicher. Was? Was wolltest du jetzt versuchen? Breakdance oder was? Nimm sie aber nicht mich. Das ist mir zu blöd hier. Wo in dem Tempel? Ja. Die Pizzaboys sind bald wieder zusammen. Hi, welcher von euch ist das jetzt? Ich bin das, glaube ich. Glaubst du? Du weißt selber nicht, wer du bist. Wo seid ihr? Die Enten sind zur Mitte durch. Ich bin da auch. Also wir umkreisen das Ding hier. Achso, ich bin in der Mitte drin. Achso, du bist das. Wer kommt denn jetzt dazu? Ne, ich bin das. Ah, da ist er, da ist er. Also wir versuchen jetzt eine Verbindung mit dem Killer zu kriegen. Etwas paralysierter rumstehen. Ey, du läufst zu schnell. Äh, zu langsam. Das hat er bestimmt auch noch nicht gehabt. Der Killer findet das entweder lustig oder total doof. Mal sehen. Jetzt bin ich die Letzte. Komm, wir blocken ihn. Wir blocken ihn. Wir blocken ihn. Ich bin alle zwei um ihn rum. Oh, ich bin in einer ungezogenen Position. Scheiße. Vielleicht denkt ihr, wir wollen fahren. Ja, er macht mit. Ah, cool. Bitte mal stehen, ich muss jemanden heilen. Das war Daylight.